Die Verbindungsklemmen der Serie 222 mit Cage Clamp Kompaktanschluss verbinden ein, mehr und feindrähtige Leiter und das ohne Werkzeug. Die Handhabung ist spielend einfach. Den gewünschten Leiter 9 bis 10 mm abisolieren, Klemmstelle durch Betätigungshebel öffnen und Leiter einführen. Zum Schließen den Hebel in Ruhelage zurückführen. Durch die Prüföffnung oberhalb der Klemme kann mit einem Spannungsprüfer die Spannung gemessen werden. Die Anwendungssicherheit der Serie 222 wird durch europäische Sicherheitsnormen für alle Leiterarten bestätigt. WAGO Innovative Connections 1 2 3 7 8 9 10 12